Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Patrick Horn tot aufgefunden wurde. Was ist passiert? Patrick ist tot. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe Informationen, die vielleicht wichtig sind. Glaubst du ihr das? Weiß nicht. Aus welchem Grund sollte er sich umgebracht haben? Das hier haben wir im Auto des Opfers gefunden. Vom Geben und Nehmen. Der Usedom-Krimi. Donnerstag, 20.15 Uhr im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017